Hallo Eschenwons, weiter geht es hier im Kerker von Eryx Hill, wo wir uns jetzt zur gottlosen Hauptstadt durchschlagen werden. Das Leuchtfeuer hatten wir ja schon freigeschaltet, ich bin jetzt hier einfach hingeworbt. So, jetzt habe ich hier aber noch diesen Zauberstab dabei, wo ich mehr Seelen kriege. Hier, ich glaube den behalte ich jetzt erstmal, guck mal, ob da, hallo, meine Zauberkraft dann noch ausreicht hier. Ne, eben nicht, dann nehme ich doch, ach die wieder raus. So viel Seelen brauche ich jetzt auch nicht. So, jetzt ist die da runtergefallen, das ist natürlich doof. Wo bist du denn? Da. Da komme ich wieder nicht hin, super. Naja, okay. Gut, da unten ist auch gut aufgehoben. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was mich hier für NPCs erwarten. Ein Stamina-Gift. Gut, aber ich könnte ja einfach auch den anderen Pfeil hier reinnehmen. Der reicht auf alle Fälle. Jetzt lasst mich nochmal den hier probieren. Ja, mit meinem Kerzenhalter hier funktioniert das. Hier kann ich was aufsammeln. Noch ein Katana. Jetzt mal schauen, wo ich hier lang gehe. Ich will ja hier das ganze Loot einsammeln eigentlich auch. Ach, wieso komme ich da nicht hin? Ah, jetzt muss ich mich hier in diesen... Ah, wieso komme ich da nicht hin? Das ist ja doof. So. Habe ich da eigentlich schon geguckt, was ich dafür kriege, für diese... Bande der Wirbelsäule. Ich glaube, ich habe geguckt und es war nichts Gescheites. Äh... Ich bin nicht hier völlig falsch unterwegs, aber egal. Ah. Oh, die lassen nur so Winz-Loot fallen hier. Winz-Sälen. Aber jetzt könnte ich da hinten die doch noch... Irgendwie erwischen. Ja. Gut. Die haben wir da auch noch hier. Oh. Widerstandsfähige. Eine Mind-Control-Uhrn. Ah, das sind so... Uhren, die dann die Gegner zu Freunden machen. Also so ähnlich wie... Ich bin hier nicht reingekommen, oder? So ähnlich wie... Ach, genau. Diese Pyromantie-Harmonie. Die ich mir übrigens auch gekauft habe. Mal gucken, wo ich die dann einsetzen kann. Na, wieso kann man dich hier nicht anpeilen? Ah, finde ich den... Blitz-Klauen-Ring? Du bist doch hoffentlich immer noch festgebunden da, oder? Ja. Ich müsste hier eigentlich noch ein paar Folianten finden. Eigentlich. Ich glaube, jetzt laufe ich hier auch mal runter und... ...erledige die noch ganz kurz hier. Hier noch eine dritte, oder? Ja. So, und du da? Da braucht schon zwei. Da muss ich keine... ...her aufpassen. Blut-Urne. Blut-Urne. Das habe ich ja ganz vergessen gehabt. So. Hier kommen wir auch nicht raus, aber probieren kann man ja mal. Könntest du mir jetzt hier noch irgendwie mal ein Upgrade-Material geben? Eine große... Heißt jetzt, etcht eigentlich verätzt oder nicht? Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Na komm. Hallo? Komm mal da raus. Könnte man hier auch? Bewacht der irgendwas? Nee. Nee, der leuchtet nur so. Da muss ich ja hier mein Glück nicht herausfordern. Ich lasse den hier mal drin. So. Und dann gehen wir da hinten rum. Und ich brauche den Schlüssel zu Carlas Zelle ja gar nicht mehr finden. Nur die von Sigvarts Zelle... Hallo? Lauert mir hier oben noch eine auf. Ist der Ring... Kann ich den... Is all magic damage. Ja, ich mache ja keinen magischen Schaden. Ich mache ja eigentlich einen physischen Schaden. Ich glaube, der Ring hilft mir hier nix. Auch wenn das eine Zauberei ist. Ah, ich kann jetzt ruhig hier wieder hin. Mi, mi, mi. Oder kann ich mich vielleicht hier vorne hinstellen? Oh, irgendwie. Ups. Dich wollte ich eigentlich gar nicht. Na. So, wollte ich das... Ja. Aber den, glaube ich... Doch. Ha. Ha. Toll. Weggeschnatzt. Also ich kann das mal ausprobieren mit dem Ring, aber ich glaube echt, der bringt mir nichts. Heimatknochen. Würde mich ja echt mal interessieren, ob man da irgendwie mit einem Trick runterspringen kann. Aber ich vermute mal nicht. So, den hatten wir ja schon... Weggefegt hier. Die kleine Kristallechse. Und... Der lege ich mich jetzt nicht an. So. Das funktioniert immer noch. Ich habe übrigens rausgefunden oder gelesen, dass das gar keine Zähne sind, sondern... Fingerknochen. Also wenn ich mir das jetzt hier so genau anschaue, schon irgendwie, oder? Witzig. Gut, Fingerknochen. Wieder was gelernt. So, die haben mir ja hier gar nichts entgegenzusetzen. Aber es ist echt so, dass Gegner hier relativ wenig Trocken. Ah. Habe ich jetzt hier jedenfalls so das Gefühl, oh, die machen Blutungsschaden und nicht zu knapp. Ja. Jetzt muss ich erst mal warten, bis meine Mana voll ist. Könnte ich natürlich auch was trinken, aber... Das spare ich mir ja, wo ich kann. Noch einen da hinten. Ja, das ist immer eine nervige Ecke. Obwohl, die droppen ja doch irgendwas. Feuerschädelsteine. Ohne Seele. Werfen wir hier mal einen Blick runter. Es lohnt sich zwar normalerweise auch nicht. Weil da nichts rumliegt, aber... Es könnte ja sein. So, aber wir können ja, wenn wir schon mal hier sind... ...den Rüsen ein bisschen hier vernebeln. Oh. Aha. Das ist sehr interessant. Das macht dem überhaupt nichts. Normalerweise kann man den nämlich hier ganz gut. Mit dem Nebel. Ach, jetzt habe ich den Krabbeler da hinten nicht erwischt. Mensch. Hätte mir ja vielleicht noch Upgrade-Material gegeben. Oder habe ich jetzt auf den falschen fokussiert? Au. Ach, Mist. Falscher Zauber drin. Ah. What? Ups. Jetzt bin ich buff. Ähm. Das ging jetzt irgendwie... ...schneller als erwartet. Ich dachte, ich müsste den hier... ...mit... ...zehn, zwanzig... ...komme ich nicht runter. Das ist... ...ah. Ach, ich hasse diese Stelle hier. Da komme ich auch nicht rein. Also jetzt ist echt doof. Da muss ich so weit davor. Na, die treffe ich nicht. Komme ich nicht vorbei. Ja, das ist ja echt... ...blöd. Ich hätte mir so einen normalen, kleinen... ...Kristallspeer oder so... ...irgendwas mitnehmen. Hey, das ist doch echt... ...unglaublich. Wahrscheinlich falle ich aus Versehen hier noch runter... ...vor lauter... ...bloß die Ratten treffen. Ist der Siegwart sitzt der da eigentlich irgendwo drin? Kann ich das sehen? Ah, da hinten. Doch, er ist da drin. Okay. Man muss ja hier mit dem nicht quatschen, da unten. Aber ich wollte nur... ...sicher gehen, dass ich hier nix... ...vermurkst habe. Ich sehe mich schon da runterfallen. Alles nur, weil ich da was aufsammeln will, da unten. Ne, normalerweise... ...gibt es da irgendwie eine Pyromantie da unten. Und... ...ich glaube, Upgrade-Material gibt's auch. Irgendwie werden das nicht weniger. Also ich weiß ja, dass da immer wieder welche rauskommen hier... ...aber irgendwann hat auch da mal Schluss. Dachte ich. Also anscheinend ist da unten nicht Schluss. Die eine traut sich da nicht raus, oder? So. So. Aber jetzt? Die eine ist noch da, da komme ich jetzt nicht dran. Äh... ...und da muss ich jetzt... ...runterspringen, ganz einfach. Da oben liegt wahrscheinlich auch noch ein... ...ein Loot. Oh. So, nur mal kurz gucken. Nicht, dass da noch welche irgendwo... ...ausgekrabbelt kommen. Ja, toll. Hat sich ja voll gelohnt. Gut, der ist da gefangen. Ähm... Jetzt kann ich hier noch... ...ah, da kann ich wieder hochfahren. Ich wollte doch... Da gab's doch noch irgendwie so'n... ...Ausgang obenrum. Aber ich mach hier mal den Shortcut erst mal. Auf mein Weiß ja nie, wofür man braucht. Erst mal hier aufmachen. Kann ja sein, dass wir hier nochmal... ...durchlaufen müssen, aus irgendwelchen Gründen. Obwohl ich den Shortcut eigentlich... ...nie benutze, oder fast nie. Was will man da in diesem Rattenloch da unten drin? So. Schauen wir uns hier nochmal um. Was in dieser tollen Mimik drin ist. Gar nix. Doch. Ein Verjüngungsgift. Hä? Ah, da kann man HP und FP wieder aufladen. Gleichzeitig. Also hier muss ich mir merken, dass da noch diese eine Kristallechse ist, die man sich noch holen muss. Ähm. So. So. Spring ich wahrscheinlich daneben wieder. Nee. Eine magische Urne. Magische Urne. So. Hatte ich da nicht eine schon erwischt? Das ist schwierig, weil die Zauberreihen halt nicht so funktionieren, wie man sich so das normalerweise denkt. Also mit Feuer hat man da schon wesentlich bessere Karten. Hier erwischt man halt auch manchmal zwei auf einmal. Ich sehe hier auch bloß nie auch ein Küchlein. Nee, sogar eine Seele. Antitanic Brocken. Und jetzt habe ich hier wieder eine gute Gelegenheit. Oh. Kayviti. Zap. Kayviti ist... Ist auch ein... Twitch-Streamer übrigens. Nicht einer meiner Favorit, aber... Ich schaue eh wenig. Komm zu nix. Zählenschlüssel. Oh mein Gott. Ah, Gott. Oh. Oh, Mist. Ich habe die Mimik getroffen. Ach, du lieber Himmel. Das wollte ich jetzt nicht. Mist, Mist, Mist. Erstmal wieder hier. Mich gesund trinken. Die wartet jetzt da oben auf mich, oder? Oh ne, die hat sich wieder hingelegt. Ah, wieder schlafen gelegt. Naja, gut. Äh. Ich bin jetzt nicht erwischt. Also der... Nebel funktioniert auch so ein bisschen anders. Ach, was weiß ich. Nein, jetzt komme ich ja nicht vorne dran, oder? Aha, da ist immer noch der... dunkle... klauen Ring drin. So. Äh. Na. Das funktioniert auch immer noch. Die kommen nämlich hier nicht rauf. Warum auch immer. Da kommen wir mal nachgelaufen hier. Eih. Weiß der mich noch hier oben. Darf ja wohl nicht wahr sein. Oh. Ich hab nicht mehr viel... Gesundheitselixier. Aber ich wollte mich da... Wie ich den Short gerade aufgemacht hab... nicht unbedingt ans Leuchtfeuer setzen. Dann hätte ich ja die ganzen... Ratten wieder da. Das wollte ich natürlich auch nicht. So. Oh. Da hab ich jetzt den Schlüssel gefunden, mit dem ich den... War das jetzt, äh... für die Kala, die Schlüssel? Oder... Ähm... für den Siegwart. Ich mein, für die Kala. Muss ich... Den musste ich doch normalerweise da... unten in der gottlosen Hauptstadt dann noch aufsammeln. So, erstmal alles aufmachen hier. Drei Sonnenlichtmedaillen. Oh, ich brauch mal wieder ein Leuchtfeuer. Ich seh da schon... meine Gesundheit. Sieht hier nicht so toll aus. Ja, da guckst du, will? Haha. Oh, ich krieg wieder ein Estus dazu. Das ist ja nett, liebes Spiel. Ähm... Das können doch noch nicht alle gewesen sein. Eigentlich doch, das sind immer so 6, 7, oder? Ich hab jetzt nicht mitgezählt. Hätte ich mal besser getan. Aber wenn man hier so eine Long Range hat, dann funktioniert das echt sehr gut. Hm, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier drin. Oder war das schon immer so? Ähm... Hauptsache, ich kann die hier wegschnatzen. Ich will das jetzt mal ein bisschen langsamer machen, weil ich hab nicht mehr so viel... Asche-Estus-Flakons. Och, den kann ich wieder nicht... Nicht anpeilen hier. Mal hier aufmachen. Wenn ich wegrennen muss. Hallo, du da? Bist du festgebunden? Egal, aber der kotzt dann wieder irgendwas raus. Tome of Manus. Ich glaube, das ist einer, dem man da Carla übergeben kann. Und dann kriegt man da irgendwelche... Coolen, dunklen Zaubereien. Das will ich dann nochmal ausprobieren. Die Alba-Rüstung. Dieses glühende Eisen hier. Habe ich noch nie ausprobiert. Keine Ahnung. Ich bin ja jetzt nicht so experimentierfreudig, was... Was verschiedene Waffen angeht. Ich renne immer nur mit einem ganz normalen Schwert rum. So, hier war jetzt auch noch nichts Trickelndes. So, und du? Habe ich hier noch welche? Oh, da hätte ich mal ein bisschen mehr kaufen sollen. Oder ich probiere es doch nochmal mit meinem giftigen Nebel hier. Probiere ich nochmal. Naja, doch. Man muss bloß richtig zielen. Ah. Das war ja... Falschen Zauber ausgerüstet hier. Wie peinlich. Ach, und hier kriegt man das ganze Set von denen hier. Das finde ich nämlich richtig cool. Dieses Outfit. Aber wahrscheinlich bringt mir das nicht viel. Mal gucken. Äh... Ah, gar nicht schlecht. Ries... Äh... So, das... Gibt mir FP zurück. Und... Erhöht die... Fluchresistenz. So. Hm. Jetzt gehen wir mal hier rein. Keiner da. Da ist noch normalerweise so ein Kreuztyp drin. Und man geht hier normalerweise nicht rein. Weil hier ist nichts drin außer dem Kreuztypen. Oh, eine Glut. Dankeschön. Ja, und hier waren wir ja schon drin. Da sind wir ja rein... Geworbt. Sozusagen. Ähm... Dann hätten wir ja hier eigentlich... So gut wie alles... Abgesammelt. Oh. Stehen auch noch welche. Mit weißen Augen. Stehen die wieder auf? Nee. Die haben nur weiße Augen. Und hier weht's das Röcklein hoch. Stone Clutch Ring. Was macht denn der? Stone Clutch. Macht wahrscheinlich... Verstärkt Eromancies, oder? Accuses Physical Attack. Das wäre nicht schlecht. Den müsste ich mal ausprobieren. Weil... Ich mache ja hier physischen Schaden. Kann ich den hier anvisieren? Nee. Geht nicht. So. Dann machen wir hier doch mal einen Sprint hier rüber. Oh mein Gott. Das passiert selten. Aber es passiert. So. Oh mein Güte. So. Ups. Ich habe ihn vergessen hier. Ah. Hier kann man wirklich Glut sammeln. Ah. Mann, Mann, Mann. Ah. Lass mich hier durch. Giftungsding sie's hier. Gut, dass wir hier die Shortcuts aufgemacht haben. Ich könnte mal ein anderes Eid-Item reintun, wenn wir hier so dumm auf den Aufzug warten. Ähm. 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 Storm Debris haben wir schon. Murky Sediment holen wir mal, weil vielleicht steigen wir ja nochmal auf dunkle Zaubereien um und dann könnte das ganz nützlich sein, um hier irgendeinen Zauberstab abzugraden. Ja, shit happens, würde ich mal hier sagen. Dann machen wir hier einfach mal durch und versuchen das nochmal. Das waren wieder über 100.000 Seelen, das wäre natürlich schon irgendwie blöd, wenn wir die hier verlieren würden. Ja, die liegen hier, gut. Ah, hier war es getroppt. So, ich will das nicht nochmal machen hier. Blöder Gargäuel. Ja, genau, normalerweise fliegt er nämlich hier nach oben, also in 90% der Fällen. Aber er macht es nicht immer. So, jetzt kriegen wir hier Schönes, eine Geste und ein Flammensperr. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier Schluss für diese Folge und in der nächsten Folge werden wir dann den Siegwart befreien und uns vielleicht dann schon den Jorm vorknöpfen. Ja, dann sehen wir uns da, macht's gut und ciao, ciao.